Wenn sich tausende Menschen eine große Picknickdecke teilen und gemeinsam das größte Klassik-Event des Leipziger Sommers genießen, dann heißt das Klassik erleben. In diesem Jahr sind unsere Open-Air-Konzerte leider nicht live möglich. Aber Klassik erleben gehört definitiv in den Leipziger Sommer. Und deshalb haben wir das Beste aus den Rosenthal-Konzerten mit Andres Melsons für Sie zu Hause zusammengestellt. Wir freuen uns, dass wir wieder starke Partner an unserer Seite haben, allen voran Porsche Leipzig als Präsentator von Klassik erleben 2020 und die VNG als Hauptsponsor. Seit 2011 unterstützt Porsche als langjähriger Partner das Gewandhaus Orchester. Ein Schwerpunkt des Engagements liegt seit 2014 auf Klassik erleben. Packen Sie Ihren Picknick-Korb für Ihren Garten. Machen Sie sich auf dem Balkon gemütlich. Und genießen Sie Klassik erleben am Samstag, den 27. Juni, ab 20 Uhr online. Wir wünschen viel Spaß und bleiben Sie gesund. их immer Paddat. Wir wünschen viel Spaß... Äpfel, Schwerpunkt des Engagements. Untertitelung des ZDF, 2020